Endlich war ganz. Zusammen mit der Kammer auf die Plasch. Sie sollen Auszeit gönnen. Den Moment festhalten. Und auch mit anderen Leuten erzählen. Wir kommen unsere Fotos dann immer bei den Leuten an, die wir uns erwarten. Aber was haben wir unsere Kammer von diesen Fotos? Ich kann nie wissen, bei wem unsere Fotos ankommen. Nicht all Moment gehört online.